Willkommen zurück. Am heutigen Tag hat Ministerpräsidentin Jin in Yurafira an das Ende des Locust-Krieges vor genau 25 Jahren erinnert. Heute werden wir geehrt durch die Anwesenheit zweier Generationen von Männern und Frauen, die jeder Gefahr getrotzt haben. Die Schlachten bestritten haben, die uns heute ausmachen. Darunter auch der wohl wichtigste Einsatz der Pendulum-Kriege. Ash for Fear. Santiago! Ich speiere mir die motivierende Ansprache, Private. Sie wissen, was zu tun ist. Ja, Sir. Dann los, gehen wir es an. Wir schalten Ihre Türme aus, behindern Ihre Kommunikation und überfallen das Labor. Die Führung will den Hammer. Dann soll sie ihn auch bekommen. Alles klar. Dann los. Verwägung, Gears! Wir haben nur einen Versuch, um die Pläne da rauszuholen. Soweit wir die Funktürme ausgeschaltet haben, ist Ihre Basis abgeschnitten. Wir sind Indies! Da oben, knallt sie ab! Guter Schuss! Gut gemacht, Soldat! Macht weiter, der Turm ist da vorn! Oh, passt doch! Na los, der Mensch erwartet schon! Endis! Verlächter! Wieder ein Endis weniger. Verdammt, Sie haben sich verschanzt. Versuch Sie zu flankieren. Los, flakiert sie! Macht weiter, der Turm ist da vorn! Gut ist reimlich! Cleaner, Green One, näher uns dem Streichhals. Verstanden, Green One. Unser Fluch damals sind das bescheuerte Kruppler. Okay, platziert die Ladung am Turm! Ladung platziert! Cleaner, Streichholz entzündet! Verstanden! Wir zünden unser Streichholz an in drei, zwei, eins! Diese Basis ist jetzt zum Streichholz entzündet! Vergessen Sie die Sache mit dem dämlichen Codenamen Santiago! Wir sehen uns im Labor! Äh, ja, Sir! Das Labor ist hinter diesem Sicherheitstor! Vorwärts! MG-Nester! Wir teilen uns auf! Ihr zwei geht nach links! Sie haben unsere Deckung! Was ist der Streichhals? Schlau-Fauch! Ja! Aha! Hau! Was ist der Streichhals? Perfekt, Anate! Kommt schon schnell mit Anate rein! Gut, jetzt durch diese Tür nach und entschuldigt die Unordnung. Ihr zwei, ihr habt die Sicherheitscodes. Jetzt überbrückt das Tor. Und damit geht dieser Überfall offiziell los. Bewegung! Okay, ihr wisst, wie es läuft. Die Wachen eliminieren, ins Labor gelangen, die Pläne holen, dann nichts wie raus. Was macht dieser Hammer der Morgenröte? Er gewinnt den Krieg. Wenn wir unsere Arbeit machen, werden alle Systeme gelöscht und die Indie-Forscher erhalten ein wirklich einmaliges Angebot. Okay, sie sind drin, dann los! Da ist das Labor! Holt sie euch! Eröffnet das Feuer! Okay, wir sind drin! Stoßen wir zum Major! Na los! Schöne, dass sie noch leben, Private! Ebenso, Major! Eliminieren Sie diese Indies, damit Sie die Doppel-Forscher hinterher ausbringen können! Ja, Sir! Indies! Sie kommen vom Labor! Nicht übel! Weiter, Sau! Hab ihn! Dabur gesichert, Major! Das sehe ich, Private! Holen wir uns die Pläne! Das war nötig! Aus dem Weg, Private! Diese Indie-Wissenschaftler sind uns wohl nicht gerade freundlich gesteppt! Bruce! Sei so nett und öffne diese Tür! Gears! Hergehört! Sind wir in zehn Minuten nicht raus, brech die Mission ab und verschwinde! Okay, Santiago, treffen wir unsere neuen Freunde! Bin direkt hinter Ihnen, Major! Indies! Linke Seite! Haltet Sie zurück! Geht hoch! Sie kommen auf der rechten Seite rein! Positionen heizt! Gehen die flicke Seite! Haltet Sie vom Labor fern! Gears, wir haben die Pläne des Hammers! Wir kommen an die Oberfläche! Zentrale, Paket ist gesichert! Cleaner, vermalen den Abzug zum Strand vorrücken! Was war das? Mörser! Zentrale, da kommen ein paar Mörser! Dann sollten Sie sich beeilen, Major! Auf zum Strand! Los, los, los! Los, los, nichts wie raus hier! Lauft weiter! Das Boot ist weg davon! Vorwärts! Ich bin nicht mehr! Als mutige Vortruppen die Pläne der UR für den Hammer der Morgenröte erbeuteten, sicherten wir das Überleben im größten Konflikt, der unsere Welt je erschütterte. Aber schon zwei Jahre später kamen neue Schrecken. Ein neuer Gegner. Ein neuer Krieg. Zentrale, Achtung! Leitet den Konvoi des Körnels um! Tut mir leid, Corporal, wir sind fast da! Negativ, negativ, Zentrale! Das Haus der Souveräne ist Sperrgebiet! Corporal Kim, die ganze Stadt ist Sperrgebiet! Verstanden, Zentrale! Auf geht's, Gears! Wir müssen los, um Colonel Hoffmans Konvoi zu beschützen! Corporal, stehen unter Beschuss! Ich bin fast da, Zentrale! Scheiße! Das ist der Konvoi! Vorsicht, Vorsicht! Noch mehr von den verfluchten Gängern! Das zum Fall fällt überhaupt los! Hilfe! Komm schon, wir schaffen das! Aufrücken! Hilf dem Colonel! Hilfst nicht! Die Hölle ist das! Die Hölle ist das! Meine Waffe bringt nichts! Waffen können gegen dieses Ding nichts ausrichten! Wir brauchen etwas Größeres! Corporate, da ist ein Hammer, der morgen heute im Fernsehen! Ich bin dran! Soldat, sichern Sie den Hammer! Mein! Holen Sie sofort diesen Hammer! Wir haben den Hammer! Satelliten bereit! Gelegen Sie dieses Verfluchte, Misty! Verflutverladen, genauso! Verflutverladen, das ist ein Hammer, das ist ein Hammer, das ist ein Hammer! Es zieht sich zurück! Gute Arbeit, Soldat! Mehr von den verfluchten Dingern! Wenn ich den ziehe! Mist in die Tee! Geist hoch! Es ist zurück! Ich gehe nicht durch! Ich gehe nicht durch! Nein! Ich gehe nicht durch! Nein! Ich gehe nicht durch! Ich gehe nicht durch! Es ist zurück! Hey! Hey! Was zur Hölle sind das für Dinger? Wie heißen Sie, Corporal? Kim, Sir. Lieutenant Stroud und ich brauchen eine Eskorte. Gratulation. Sie sind der Glückliche. Äh, Colonel, wir müssen da rein. Jetzt. Ich hab den Code für die Tür, Colonel. Wie schön für Sie, Söhnchen. Sichern Sie die Treppe mit dem Hammer. Ich bin sofort zurück. Oh Mann, das ist übel. Ihr habt den Corporal gehört. Lasst sie bloß nicht rein. Sie kommen direkt auf uns zu. Setz den Hammer ein. Oh Scheiße. Vorsicht. Treibt sich geräusch. Treibt sich geräusch. Wir brauchen Verstärkung. Verflucht doch mal. So wird das nicht. Könnt weiter. Das ist Wahnsinn. Lasst sie nicht in die Nähe der Tür. Sie sind nicht groß auf. Hey. Das ist meins. Der Fall ist. Was ist das? Was ist das? Ich drehe das Ding! Okay! Ich habe die Scheiße zurückgemacht! Noch eine! Genau auf die Spannung! Fein vor Tag! Gears, tut mir leid, aber der Hammer der Morgenröte ist offline. Bei Anbruch der Nacht waren bereits Hunderttausende tot. Der Tag der Ankunft trug seinen Namen zurecht. Wie viele von euch war ich damals noch ein Kind. Es war eine dunkle, furchtbare Zeit. Und unser Sieg war keinesfalls ein sicheres. Wir brauchen alle Mann auf der Mauer. Jetzt! Bringen Sie den Soldaten wieder auf die Beine! Ich hab dich! Okay Gears, klettern Sie die Leiter hoch! Los! Hoch mit dir! Nur zum Geier bin ich! Oh! Oh! Ich hab Ihnen einen Befehl erteilt! Hoch auf diese Mauer! Klettern Sie die Leiter hoch! Klettern Sie die Leiter hoch, wenn Sie keine Marder als Zehen genossen wollen! Nutz die Kettensäge und dann verteidige die Mauer! Verdammte Scheiße! Ihr müsst diese Mauer räumen! Erledigt sie! Jetzt rennt den Innenhof frei! Lasst keine mehr hoch! Ihr müsst zielen! Schießt nicht daneben! Ach, Scheiße! Die sind überall! Kommt schon! Lasst sie nicht hoch! Ja! Was ist das? Kommt wieder näher! Ach, Scheiße! Nein, ihr Motor! Linke Flanke offen! Geht er rüber und räum sie frei! Elter Haken! Kommt schon, Gears, haus die Augen! Adi, ich hätte hier etwas Hilfe gebraucht. Auf die andere Seite und helft Victor! Runter von unserer Mauer, ihr Schleimwolzen! Jemand soll sich hinter das Geschütz klemmen und den mal einheizen! Hey, mir geht das ein bisschen Unlässe sein! Oh Scheiße! Victor! Room ab! Ich seh's! Feuer konzentrieren! Na los, du hässliche Schnickscheiße! Zeig mir, was du kannst! Feuer! Ich bin hier! Feuer, Jäger! Aber allen Widrigkeiten zum Trotz verendete eine Gruppe Soldaten unter der Führung von Marcus Phoenix letztendlich unseren Locust eintraut. Er hat's geschafft. Wie sehr wünschte ich, Sergeant Phoenix könnte heute bei uns sein. Haltet inne und gedenkt der Männer und Frauen, deren Opfer unser Überleben gesichert hat. Dank ihnen kämpften wir uns durch diese dunklen Stunden. Wir erleben eine neue, blühte Zeit. Die Welt, die die neue Chor erschuf, kennt keinen Krieg, kennt kein Leid. Eine Welt der Sicherheit, der Familie. Eine Welt ohne Krieg. Ich. Hey, kommst du? Gib mir eine Sekunde. Wegen eines Schmetterlings? Ja, sieh mal. Weißt du, wie ein Schmetterling entsteht? Wie durch ein kleines Wunder? Stimmt. Wenn die Larve überlebt, viele tun das nicht, dann verändert sie sich. Die kleine Larve verpuppt sich, im Kokon zerstört und verwandelt sie sich, ändert ihre Farbe und Gestalt, bekommt Flügel, Krallen. Sie befreit sich aus ihrem Käfig und dann ist sie verwandelt und wunderschön. Du hättest nicht kommen sollen. Spar dir die Worte, J.D. Die da, die kommt ganz nach ihrer Mutter. Tut sie wirklich? Tu ich wirklich. Früher haben wir Chorsiedlungen beschützt, jetzt überfallen wir einer. Ironisch, oder? Eigentlich nicht. Haha, Non-Kons begehen halt Überfälle, bis ihr zwei aufgetaucht seid und jetzt langweilig. Lieber langweilig als tot, alter Mann. Gibt's da einen Unterschied? Oh, kein Alarm. Herzlichen Dank. Langweilig wird uns sicher nicht. Aber das mit dem Sterben... Das ist nicht der Sicherheitsalarm. Oh, scheiße, eine Sturmfront. Wir können uns in der Siedlung verschanzen. Alle zum Wagen. Los! Ja! Vorsicht, Vorsicht, Männer! Los! Der Wald schließt sich! Komm schon, komm schon, komm schon! Oscar, schneller! Wir müssen es da durchfragen! Ja! 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 Wir müssen in die Siedlung rein! Ich lasse den Hübschen nicht zurück! Los! Der Wind leist alles in Stücke! Verdammt! Der Wind dann ist zu! Was machen wir jetzt? Wir sollten zu diesem Kran! Los! Los! Mist! Wir müssen über den Zaun drüber! Und wie? Hier ist kein Tor! Da müssen wir ihn einreißen! Ha! Hab geklappt! Und jetzt zum Kran! Los! 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 Oh, Scheiße! Das Windgewitter! Lass uns nicht davon erwischen! Lass uns nicht davon erwischen! Wir sollten mir sicher sein! Na ja! Wie sicher ist sicher! Nicht sofort tot! Verdammte Scheiße! Hey! Was hab ich verpasst? Jemand verletzt? Hat Kate noch ihren Hut? Gut, du Hut! Hey, Hübscher, du bleibst hier aus. Also, ihr Ausreißer, habt ihr bei diesen großen Kurwänden auch Heimweh? Wow, schon wieder diese Ausreißer-Blödsinn? Du weißt, dass wir dich eigentlich nicht brauchen, hm? Rayna Del und mich beauftragt, nicht dich. Sorry, Superhirn. Wo sie hingeht, gehe ich auch hin. Ich brauche keinen Babysitter, Onkel. Dann nenn mich Begleitperson. Vielleicht nenne ich dich Schnapsnase. Du willst es wohl echt wissen, Kleiner. Onkel, du wirkst ein wenig betrunken. Ich bin sogar ziemlich betrunken. Okay, Chorsiedlungen werden von innen nach außen errichtet. Also muss der Fabrikator noch unmittelbar im Stadtzentrum sein. Wir holen ihn und verschwinden. Tja, da drin wird's für Sicherheitsdivis nur so wimmeln. Es gab sechs Monate keinen Non-Con-Überfall. Wir haben das Überraschungsmoment. Einen Roboter überrascht mal nicht, Superhirn. Wir haben Divis gesteuert schon vergessen. Ah ja? Wie in Siedlung 2, hm? Hey, das war nicht Ihre Schuld. Du hast größere Probleme als dein Dick-Kopf-Jung-Spund. Okay, da ist das Bauzentrum. Fragt sich nur, wie wir da hinkommen. Wir können nur abwärts. Also Abmarsch. Runter! Verobacht da! Noch sieht er uns nicht. Aber bleibt's bitte auch. Je weiter wir zum Zentrum vordringen, desto mehr Libis werden an uns kleben. Genau deshalb sollten Del und ich das allein machen. Wenn wir erwischt werden, kriegen wir Jyn schon rum. Ich war 15 Jahre bei der Core. Äußerst angesehen. Vielleicht sollte ich mal mit Jyn über diesen Krieg diskutieren, den sie anzetteln wollte. Oder die andere Option, nicht erwischt werden. Leitern, gehen wir wieder hoch. Ja, wieso sie so schnell bauen kann. Zum Glück war das nur ein Bauer und kein Beobachter. Ach, kein Problem, Oscar. Ich weiß, wie man Beobachter umgeht. Bleiben Sie, wo Sie sind. Oh, Scheiße. Und dann werden Sie vom Gelände geleiten. Ich übernehme das. Bürger, Sie sind nicht aus diesem... Ich bin kein Bürger. Ernsthaft? Was? Bürger hieße, dass wir einer Art zentralen Verwaltung unterstehen. Ich verstehe mich als Teil einer Anarcho-Kommune. Bürger, Ihre Tätigkeit wurde von Acht. Na gut, greifen wir halt auf die alten Bewehrte mit. Wollen Sie das? Wohl eher nicht. Klasse. Also wissen Sie jetzt, dass wir hier sind. Was jetzt, Klugscheißer? Jetzt? Neuer Plan. Wir kämpfen uns zum Fabrikator durch. Vorsicht! 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 Oh yeah! Oh yeah! Okay, das war's erstmal. Verfolger! Hey, pass doch auf! Na, wie schmeckt euch eure eigene Medizin? Vermisst ihr eure alten Freunde? Achtung, da sind noch mehr! Das sollten alle sein. Sieht jemand so was wie einen Ausgang? Da vorn ist ein Sicherheitstor. Verschlossen. Wartet, ich muss ne Sekunde nachdenken. Oh, Jakey, was tut das? Das war ich nicht. Puh, und ihr zwei seid ganz sicher keine Chorspione? Onkel Vincent, du glaubst doch die KOR habe die Sturmfronten erschaffen? Na selbst wenn. Wenigstens mussten wir euch nicht erst beibringen, wie man ein Gewehr hält. Was ist los mit euch Noncons? Der Großteil von Rainers Leuten kann sich nicht mal die Schuhe zubinden. Oh, zum Glück, mein Onkel hat mir mal das Schießen beigebracht. Kann froh sein, dass ich überhaupt noch mit ihm rede. Hey, ich war eine große Hilfe. So kann man's auch nennen, wenn man's nicht so genau nimmt. Aber, gehen wir hin. Bereithalten, da kommen Diebis! Unterlassen Sie das auf der Stelle! Achtung, Schock! Die Seite des Hirns zerstört! Da kommen mehr Diebis! Da kommen mehr Diebis! Ich hab noch ein Verfolger abgeteilt! Ich hab noch ein großer Hürstel! Da vorne ist das Bauzentrum, wir sind fast da! Achtung! Achtung! Oh, der Läden! Hey, kommt mir weg! Achtung, Schock! Achtung, Schock! Oh, ja! Oh, ja! Achtung, Schock! Achtung, Schock! Das kommt zum Fahrerrecht! Schieße! Der nächste! Achtung, Schock! Achtung, Schock! Achtung, Schock! Unleicht, Schock! Die Weisenden Hirten zerstört! Achtung! Oh Scheiße! Erfolger! Noch ein großer Hürstel! noiety! Ja, mach mir. Er hat die Chance. Die müssen weg! Man kann rot werden. Man kann rot werden. Man kann rot werden. Ich täp Krochen! Nein! Oh yeah! Seht mal, das Bauzentrum ist direkt hinter dieser Mauer. Falls die sich nicht zufällig öffnet... Nein, wir müssen einen Weg außenrum finden. Verstehe ich nicht. Die Überfälle wurden auf Befehl meiner Mutter eingestellt. Wozu die ganze Security? Was? Hast du einfach keinen Spaß? Okay, sehen wir uns um. Vielleicht finden wir einen Weg dadurch. Gehen wir durch die Entbindungsstation. Muss das wirklich sein? Was? Was ist los? Dieser ganze Babykram. Hast du ein Problem mit Babys? Nein, nur damit, dass mir jeder sagt, ich müsse eins haben. Meine Mutter hat mich zum Glück immer von dem ganzen Kram ferngehalten. Ja, aber es hilft ja nichts. Wir müssen die Gegend neu bevölkern. Ach ja? Kann ich mitmachen? Äh... Okay, der Fabrikator ist da drin. Und dieser Wartungsschacht ist unsere Eintrittskarte. Worauf warten wir noch? Gehen wir endlich zu der Zugangstür. Achtung, Beobachter! Nicht so voreinig, Jungspunde! Tot! Ein toter Verfolger! Und du bist raus! Reise an! Verfolger! Verspürt! Ein toter an die! Zweite Verspürtungsverspürt! Noch ein toter Hürse! Verwarte! Du bist geschützt! Wer ist hier nun identifiziert? J.D., wir gehen rein, bevor noch mehr D.B.s auftauchen. J.D., da kommt eine ganze Ladung D.B.s auf uns zu! Nicht nötig mit, D.B.s! Bin leer! Der ist tot! Der ist tot! Der ist tot! Der ist tot am Boden! Einhalten, lebt nach! Die Wiese gegen den! Der ist tot! Der ist tot! Einhalten! Das ist der Letzte! Gute Arbeit, Jungspunde. Können wir jetzt diesen elenden Fabrikator stehlen? Oh, sieh mal an. Diko hat unsere Zugangscodes deaktiviert. Naja, wir sind ja auch Staatsfeinde. Was? Kommt schon! Ihr habt nie gelernt, ein einfaches Zugangsschloss zu knacken? Lasst mich mal ran. Aus dem Weg! Das ist hochentwickelte Core-Technologie. Ich glaube nicht, dass... Oh, okay. Ihr zwei holt diesen... Fabrikator! Wir bewachen die Tür. Ich geh auch mit. Tust du nicht! Hier draußen ist es sicherer. Die Tür schließt sich, Jungspunde! Tilg! Gott, verdammt! Okay, bringen wir das Ding über die Bühne. Jep, unser Fabrikator sollte in einem der Lager sein. Na, theoretisch ist es ihr, Fabrikator. Okay, hier ist die Wagensteuerung. Rufen wir den Aufzug und legen los. Sind alle Bauzeiten so gewaltig? Ach, die gleiche Größe, die gleiche Form, der gleiche Grundriss. Na schön, dann mal runter zu den Ladebuch. Bill, du bringst uns runter. Kate, du kommst mit mir. Wird gemacht. Viel Spaß doch, mir zwei. Wir sind drin. Schick uns runter. Hey, ähm, gibt's ein Problem? Nein, nein, nein. Ich lerne nur gerade die Steuerung kennen. Ja, und los geht's. Hey, was ist da oben los? Wie geht der Saft aus? Ja, ich arbeite dran. Oh, die sind echt ne Ringe, Debis. Hey, vielleicht fahren wir einfach weiter, okay? Jep, ich versuch's ja. Aber diese Steuerung ist wirklich verwirrend. Oh oh. Und jetzt? Der, was zum Teufel machst du da? Tut mir leid, das System hat mich rausgeworfen. Ich musste erst mal den Strom abstellen. Hast du nun die Kontrolle oder nicht? Yep. Glaube ich. Hör. Hey, das war's. Holt euch den Fabrikator. Kate, das nächste Mal übernimmst du die Steuerung, okay? Das hab ich gehört. Achtung, da ist der Fabrikator. Hey, fass doch mal mit an. Okay. Okay, komm schon. Und vorsichtig. Okay, geladen. Dell, setz das Ding in Bewegung. Geht klar. Ich kann's kaum erwarten, dieses Ding nach Hause zu bringen und wieder Strom zu haben. Oh, Lesen bei Kerzen scheint ja auch was für sich hat. Das war wohl das Bekloppteste, was du heute gesagt hast. Vielleicht auch nicht. Schön. Whoa, whoa, whoa. Dell, Dell, die halten den Aufzug fest. Scheiße. Da muss irgendeine Sicherungsbärre aktiviert worden sein. Verflucht. Ich bin schon wieder aus dem System geflogen. Hätt dich halt wieder rein. Verfolge im Abbaus. Halt sie uns vom Leib. Halt sie uns vom Leib. Ja. Der Verfolger. Hat einen Verfolger erledigt. Es kommt immer mehr! Ich schenke mich zurück, um zu stehen. Haltet durch, ich bin gleich drin. Halt sie! Ich glaube, das waren alle. Oh ja, ich springe euch hoch! Schön! Oh, du machst wohl Witze! Del! Hey, das ist gar nicht so leicht, Mann! Beeil dich einfach damit! Hürden im Anmarsch! Zieleverkehrer am Namen hier auf! Ich mach mal drauf! Schieße! Jetzt los! Herr, schließ die Sicherheitstür! Ich versuch's ja! Ich hab keinen Zugriff! Schüttlichen Freikontaktentwick! Erlehrlich! Noch mehr! In der Regelung! Das ist Anate! Ich versuch's! Ich versuch's! Oh, danke! Noch ein kurzer DIVI! Ach, die flakieren uns! Das hat mir gerade recht! Del, start das Bericht! Ich hecke mich zurück ins System. Haltet durch, ich bin gleich drin. Fakt! Unrechtmäßige Lugger, die aufgehoben ist. Wir müssen hier nichts überlegen. Ich bin wieder am System. Ja, bitte. Dritten Sie unten echt um? Nein, ich versuche das zu verhindern. Für mich! Warte, wow, Del, Del, das war unser Stock! Ernst, ich weiß, hier geht's gerade richtig ab. Ich brauche eure Hilfe! Kate, wir müssen ihm helfen! Könnt ihr etwas Schiffen brauchen? Ich habe die Karte aufgeladen. Ach, der Tod, der Hürde! Nachbar, die gezielt! Ziele, die los! Ein großer Mann! Lass mich! Ja, die haben mich festgenagelt! Und auf reiche Teile! Echt jetzt! Glückliche Reisvergabe! Vorharm! Ein Tod an Bord! Okay. Alles klar. Ich bring euch dann mal wieder runter. Ja, das wäre ganz gut. Großartig. In Ordnung, verschwinden wir von hier. Helft mir mit dem Fabrikator. Hey, fasst doch mal mit an. Hey, weißt du noch, was du Rainer über den Fabrikator gesagt hast, J.D.? Oh, bitte, erzähl's mir. Klein und raus, leichtes Spiel. Genau deine Worte. Also kann's jetzt nur noch leichter werden. Gehen wir zu Oscar. Der wirklich, wirklich sauer mit mir sein kann. Oscar, wir haben den Fabrikat... To... äh, hi. Lieutenant, Sie waren fleißig. Ministerpräsidentin, Sie sehen anziehend aus. Genug herumgehalbert. Sie kommen mit uns. Die sind neu und bewaffnet. Sehen Sie, und jetzt kommt das Interessante. Im Gegensatz zu Ihnen, befolgen Sie Ihre Befehle. Was soll das? Reicht Ihnen der Vorfall in Siedlung 2 noch nicht? Ein äußerst erfolgreicher Einsatz. Das ist heute unsere wohl folgsamste Siedlung. Unser Dorf hat seit Wochen keinen Strom. Wir brauchen diesen Fabrikator. Der verfluchte Fabrikator interessiert mich nicht. Sie entführen meine Leute. Was? Ich weiß ganz genau, wozu Sie ausgewickelt wurden. Äh, tschüss? Wovon zum Teufel redet Sie denn da? Kein Schimmer. Aber wir müssen von hier verschwinden. Ähm, das ist verdächtig praktisch. Ich hätte nicht gehen sollen. Ist eben schon okay. Offenbar war es drinnen doch sicherer. Hey, Superhirn. Wollen wir da wirklich reingehen? Wir schon, aber bleib du ruhig hier, wenn du willst. Komm doch! Na, komm! Okay, ihr bewahrt den Fabrikator. Wir kümmern uns um unsere neuen Freunde. Passt doch auf, das Ding geht hoch! Das ist also James' neuer Supersoldat, ne? Ziemlich lang. Ich bezweifle, dass es Sie kümmert, Oscar. Ey, weniger quatschen, mehr schießen. Wir setzen noch mehr Ribis ab! Wir setzen uns um die Karten. Sie sind in der Hunde der Zunge. Schiff! Unerst bereit, Kontakt zu. Ein Rund des Hürgens zu zerstören! Oskar, hilf Dale, den Fabrikator zu tragen. Kate und ich gehen vor. Damit eins klar ist. Als du ankamst, hatte ich Jyn quasi genau, wo ich sie haben wollte. Ja. Genau genommen hast du mich also gar nicht gerettet. Ja, Oskar, ist schon klar. Was ist das? Ich habe keine Ahnung, wie wir hier rauskommen. Oh, scheiße, sie kommt durch die Wände! Krass! BR 1 erledigt! Roll! Hier lang! Meins! Höchste Zeit abzuhauen! Weißt du was? Ich muss dir immer öfter Recht geben. Kondor im Anflug! Der irgendwie... Weißt du was? Der ist noch nicht fertig! Toaster! Diese Dinger geben auch nie auf! Klappe Granate! Weißen sind Schiffen dafür! Toaster Brot! Super, der Große ist erledigt! Beide der Ziele entdeckt! Wir sind erledigt! Oh, was haben wir denn da? Landungsschiff! Das ist ein großer Hürsel! 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 Alles klar, das waren alle! Wieso habe ich das dumpfe Gefühl? Wir zetteln mit diesem Überfall einen Krieg an! Du hast Jinn doch gehört! Hier geht es garantiert nicht um Überfälle! Wir sollten mit Raina reden! Genau! Weil meine Mom über nichts lieber spricht als über die Kur! Aufpassen! Verfolger! Aber wir haben ja die Kosteno-K�ngen-Wersel! Ja! Sie haben die Kosteno-K интересen! Ich habe die Kosteno-Kartiert! Wir sind ein großer Verfolger! Richt mir das Herz. Du könntest dich wieder einschreiben, da sind kürzlich ein paar Plätze in der Führungsriege frei geworden. Kein Bedarf. Ich bin eher der Erstschließen, dann sagen wir. Hören wir, Sie hatten sich im Stärküch auf. Wer der heißt, das macht sich glatt. Aber sie hat sich glatt. Hören Sie die Krise, die Schleimmark zum einen? Wir werden die Schleimmark kommen, sie haben sie die Schleimgang. Das ist ja schlauble. Doppel, da kann ich sie dir nicht hören. Kein Bedarf, dann muss ich sagen. Ne? Das ist doch so. Das war's für heute. Sehr einfach! Wir geben auch nie auf! Der ist tot! Gut, das war's! Die kann ich gut gebrauchen. Hey, hier durch! Hier sind wir ganz sicher reingekommen. Es ist nicht mehr weit. Oh, verdammt! Auch noch Scharfschüssen! Was hat sie noch alles gebaut? Scharfschütze! Achtung, der Ausgang ist da vorn! Oh, scheiße! Hoffentlich haben Jinspots Chas nicht entdeckt! Keine Sorge! Der Hübsche kommt schon allein klar! Oh, was haben wir denn da? Glückwunsch! Wir haben den Fabrikator so gut wie aus der Siedlung geschafft! Und was jetzt? Jetzt werden wir diesen Kran absenken, um uns den Weg freizumachen. Kinderspiel! Einfach erledigt! Ja, ja, so ist jetzt! Da kommt mehr, die mich! Die Liede sind da, die mich! Die weiteren Hirten zerstört! Vorsicht, mehr Scharfschütz! Not einander, Chef! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die kann ich gut gebrauchen. Ich muss gestehen, habt euch ganz wacker geschlagen, Ausreißen. Ganz wacker? Oh, sagte ich wacker? Ich meinte überwältigend. Wirklich, eine ganz spektakuläre Heldentat war das. Okay, okay, du brauchst dich nicht so aufspielen, du Arsch. Du bist in Sicherheit, Hübschen. Deine Freundin Jin lässt sie ja nicht so schnell locker. Da hast du wohl recht. Oskar, komm schon, wir müssen los. Sorry, Freundchen. Ich fahre. Okay, du fährst. Du musst uns den Rücken frei halten. Bist ein besserer Schütze als ich. Tja, wirklich? Nein, ich will nur, dass du dich besser fühlst. Zum Glück seid ihr sicher. Bald wäre ich selbst Richtung Siedlung 5 aufgebrochen. Wir, ähm, wir wurden aufgehalten. Was ist passiert? Die kurze Version. Die Chor ist auf dem Weg. Wie lange haben wir? Ich begrüße unseren Gast. Ministerpräsidentin? Rainer, ich suche nach meinen Leuten. Treten Sie zur Seite. Sie haben hier keine Befugnis, Ministerpräsidentin. Ich sag Ihnen, was jetzt passiert. Jeder, der sich der Chor widersetzt, wird beiseite geschafft. Wie in Siedlung 2? Das liegt an Ihnen. Sie vergessen dabei eine Sache. Oh, und die wäre? Das hier ist nicht Siedlung 2. Okay, war ein nettes Gespräch. Oh, es ist nicht vorbei. Ihr zwei, holt den Fabrikator und folgt mir. Komm rein! Und dieguiere gewann. Los, Ähm. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Komm rein! mueels res비 ск Hadi. Vielen Dank.